Hi hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute schöne Pfifferlinge essen. So kann man die glaube ich sehen. Die habe ich hier im Supermarkt ergattert. Die sehen ganz schön aus und Pfifferlinge haben wir noch gar nicht gemacht. Sind ja super delicious. Deshalb würde ich die gerne heute verarbeiten. Dann haben wir uns so ein nettes kleines Steak gegönnt. Das ist schön marmoriert. Mal gucken wie gut das wird. Dann brauchen wir so ein paar Schalotten, ein bisschen Sahne, ein bisschen Brühe. Ja das war es schon fast. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. So wie als erstes unser Fleisch braten. Dafür tue ich jetzt mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Ich nehme gerne dafür auch ein etwas teures, gutes Öl. Dann spritzt das nicht so und die kann man halt auch richtig schön heiß werden lassen. Dann werde ich jetzt mal eben mein Fleisch hier pfeffern und salzen. So von beiden Seiten ein bisschen Salz. Sehr gut. Meine Pfanne ist heiß. Mein Fleisch ist da drin. Wunderbar. Das wird jetzt von beiden Seiten kurz angebraten. Das brate ich jetzt schön von beiden Seiten an, dass das so schön ein bisschen knusprig wird wie hier. Und dann kommt es normal für drei, vier Minuten im Backofen. Währenddessen kann ich schön unsere Champignons hier machen. So das Fleisch ist schön von beiden Seiten angebraten. So ich habe da jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer drauf getan und so bleibt das jetzt hier vier bis fünf Minuten in unserem Backofen. Ich nehme mir jetzt schön unsere Pfefferlinge. Die haben wir vorher schön geputzt und gewaschen. Die tue ich jetzt schön in meine Pfanne und brate mir die schön an. Ich tue da jetzt noch schnell meine Zwiebel, meine Schalotten drauf. Ich habe eine Schalotte schön fein geschnitten. Die kommt da mit rein und dann wird das Ganze jetzt so ein bisschen angebraten. Während das jetzt anbrät, muss ich mir mal eben schnell ein bisschen Brühe machen, weil die kommt da gleich mit rein. Jetzt tue ich da ein wenig Schlagsahne rein. Und ein bisschen Brühe. Das muss jetzt so ein bisschen runter reduzieren, bis fast keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Zwei Spritzer Zitrone noch. So ein bisschen was für die Säure. Wunderbar. Ein bisschen was für meinen Pfeffer. Die ist fast leer, deshalb brauche ich jetzt mal ein bisschen länger. Das muss jetzt runter reduzieren und dann sind wir gleich soweit. Dann können wir sogar schon anrichten. So, unser Stück Fleisch ist ready. Sieht das geil aus? Ich finde das sieht richtig geil aus. So, das war mal unsere super schnelle Nummer, die wir heute gemacht haben. Ein schönes US-Beef-Stay. So, jetzt schön unsere Pfefferlinge. Schön hier drüber. Sieht doch geil aus, oder? Sehr. So, das war mal unsere super schnelle Nummer, die wir heute gemacht haben. Ein schönes US-Beef-Steak mit Champignons. Superschnell gemacht, super lecker. Ich hoffe euch hat dieses kurze, schnelle Gericht gefallen. Wenn ja, abonniert uns. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, gebt uns einen Daumen. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt sie unten rein. Wir beantworten super gerne. Und dann sagen Tschüss. 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 Und Frank vom footballhamburg.de. Bis dann. Tschau, tschau. See you. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018